Tiryakstambhanasana ist ein Asana, welches in verschiedenen Asana-Aufzählungen auftucht und in den klassischen Texten nirgendwo genauer beschrieben ist. Auch Swami Sivananda in seinem Buch Yoga Asana hat Tiryakstambhanasana erwähnt, aber nicht erläutert. Wörtlich heißt es die seitlich festgehaltene Stellung und Annika zeigt eine Stellung, die man als Tiryakstambhanasana bezeichnen kann im Sinne von seitwärts festgehaltene Stellung. Ausgangsposition ist Beine weit auseinander und die Zehen nach außen zeigen lassen und dann senke das Becken, sodass die Oberschenkel nach Möglichkeit parallel zum Boden sind. Schon das kann Tiryakstambhanasana sein, seitwärts festgehaltene Stellung sein. Daraus kannst du eine drehende Stellung machen. Das heißt, du drehst dich zur Seite, wie es Annika gerade vormacht. Du atmest ein paar Mal und schaust hoch zum Himmel. Nachdem du etwa sechs bis acht Atemzüge lang gehalten hast, komme dann zur anderen Seite. Anika hält es auch etwas. Diese Stellung steigt die Oberschenkel und die Gesäßmuskulatur. Gleichzeitig wird der Rücken stark gedreht, was eine sehr gute Drehung für die Wirbelsäule und den Bauch ist. Die Stellung fordert Muskeln und Flexibilität und öffnet dich für die Kraft des Himmels, während du gut geerdet bist. Probiere es aus, schreibe in die Kommentare, wie dir die Stellung gefällt und wenn dir es gefällt, klicke auch auf Daumen hoch oder gefällt mir. Danke.